Domi war als Minecraft-Tier versteckt und ich musste ihn finden. Hier ist ein kleiner Clip aus meiner letzten Minecraft-Folge. Ich glaube, ich schieße die Kuh ab. Die läuft straight gradieren sie gerade aus. Aber die läuft so langsam. Die läuft noch langsamer als langsam. Oh, ich glaube, ich habe dich. Weil das Schaf guckt ein bisschen komisch. Du hast ein bisschen auf den Boden geguckt, liebe Schäfchen. Könntest du mir erklären? Ich bin mir jetzt irgendwie sehr sicher. Aber, nee, warte mal. Also, es guckt aber... Oh, das ist richtig... Ich weiß es nicht. Es hat jetzt nämlich die... Es guckt jetzt nicht so komisch nach unten. Warum guckst du jetzt nicht so komisch nach unten? Aber du hast das Huhn gerade eingeguckt und das Huhn hat dich eingeguckt. Also, ich habe... Ich schieße einfach meinen ersten Pfeimer ab. Oh, guck mal, was passiert. Vielleicht klappt es. Vielleicht auch nicht. Oh, Alter. Leg mich doch mal ein Pupierchen, du bleibst. Du hast es aber richtig gut gemacht, dass du das Huhn eingeguckt hast. Das hat mich richtig rausgebracht nochmal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.